Guten Morgen meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von WONDER ASSEMEA. Heute mit einem Luxushall und zwar habe ich hier vier ganz tolle Luxusprodukte und möchte euch vorstellen. Ich fange erst mal direkt an mit einem Parfüm und zwar ist das das Saucern Bloom von Goldfields and Banks. So sieht das aus. Richtig cool. Dieses Parfüm hier, wirklich also in Deutschland ist das Wetter ja nicht so schön, aber wie ihr wisst in Australien zum Beispiel ist es wunderschön. Und dieses Parfüm hier ist hergestellt in Australien und dort sind einige Pflanzenarten, die nur ausschließlich in Australien wachsen und die sind zu einem schönen Parfüm hergestellt worden und in diesem Parfüm enthalten. Das kann ich euch richtig empfehlen. Das riecht sehr 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 gut. Dann geht es weiter mit einer wunderschönen Gesichtsmaske und zwar die Tatcha Violet Sea Radiance Mask. Das ist eine ganz coole Maske. Die sieht so aus. Die hat eine spezielle japanische Beere und die macht die Haut seidenweich, also ganz ganz toll. Die riecht wunderbar und die kann ich euch auch sehr sehr empfehlen. Die ist relativ schwer zu bekommen. Müsst ihr mal ein bisschen schauen wo ihr die bekommt, aber die kann ich euch sehr empfehlen. Die ist auch sehr teuer und hält aber was sie verspricht. Ist eine japanische Kosmetikfirma und wird aber auch in Amerika hergestellt und ist wirklich sehr beliebt dort. Und ja, die ist wirklich ganz 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 toll. Die riecht toll, wie gesagt macht eine tolle Haut und ja, enthält sehr viel Vitamin C und ist sehr gut für eure Haut. Dann geht es weiter mit einem guten Raumduft und zwar ist das dieser hier. Aqua di Parma. Ich habe jetzt den O Lamore oder O Lamor. Der riecht ganz 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 toll. Also wenn ihr den, egal wo ihr den hinstellt. Ich habe den jetzt im Bad. Ich hatte den zuerst im Schlafbereich. Da hat es etwas gestört, aber im Bad kann ich euch den sehr empfehlen. Der riecht ganz ganz toll. Das ist ein ganz edler, luxuriöser Duft. Den kann ich euch sehr empfehlen. Hier sind die schönen Duftstäbchen und darüber wird das ganze Jahr abgegeben. Dieser schöne Duft aus diesem Aqua di Parma. Kann ich euch sehr sehr ans Herz legen. Dann zu einer ganz tollen Duftkerze und zwar ist das diese hier. Moment. Diese. Das ist die Goutal Paris in so einem schönen, ja würde ich sagen, bläulich, mint. Ja. Und das riecht auch ganz frisch. Also nach so, weiß ich nicht. Das ist ganz frischer Duft. Zitrus Duft. Ganz ganz frisch. Ganz luxuriös. Den muss man mal gerochen haben. Dann müsst ihr mal in die Parfümerie gehen. Euch den mal da mal dran schnuppern. Und den kann ich euch auch sehr empfehlen. Der ist sehr 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 toll. Ja, das sind jetzt meine vier luxuriösen Produkte, die ich euch vorstellen darf, vorstellen durfte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch. Schreibt mir einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Ciao, ciao. Eure Wunder ASMR. Ciao, ciao. Kommt mir .